Ah, hier sind alle so lautweilig. Drei Dinge sind wichtig, wenn du am Arsch der Welt liegst. Erstens, verpass keine Party. Ich will, dass mir die Party erspart bleibt. Zweitens, fall niemals auf. Ich will, dass Jelin mich sieht. Drittens, verrate nie, nie, niemals, was du wirklich fühlst. Ich liebe Jelin. Das Stück, diese Geschichte ist so, ich glaube, so timeless. Und deswegen ist es so einfach, diesen Charakter zu finden und in diesem Charakter zu leben. Also ich kann gut erinnern, wenn ich 60 war. Und wie war das für mich? Und diese, diese Gefühle sind so klassisch. Ja, das ist, wie man so oft im Teenageralter ist. Da weiß man manchmal nicht, was man will. Mal will man das, mal will man das. Wollen wir in der Runde drehen? Nein. Da spielen die Hormone verrückt. Und man will irgendwie ausbrechen aus dieser Öde da, diesem Kaff. Und sie will was erleben. Weißt du, was mein Albtraum ist? Dass ich nie von hier wegkomme. Dass ich Kinder und Auto und Haus und alles habe, was ich brauche. Und dann haut mein Mann ab, weil er eine jüngere und schönere gefunden hat. Und ich sitze hier mit meinen Kindern, die nur schreien und quengeln. Ganz schön bescheuert, oder? Und da kommen plötzlich Gefühle für eine Frau auf. Und sie kann das überhaupt nicht einordnen, es macht es erstmal so aggressiv. Und man weiß irgendwie nicht, wie damit umzugehen. Und sie muss es verstecken. Sie will, sie will ja nicht, dass das rauskommt. Ihr ganzes Image könnte zerstört sein vor ihren coolen Freunden. Und dann versucht man eben nochmal mit dem Typen, naja, dann das erste Mal war auch nicht so toll. Sie fand es schön. Das ist der verzweifelte Versuch irgendwie, das zu machen, was die Schwester auch macht. Sie hat schon lange ihren Freund und dann okay. Ich wusste genau, dass du hinter Markus hier bist. Bin ich doch gar nicht. Und dann weiß man sofort, wer es ist. Es ist Johann. Johann Hult? Johann Hult? Aus der 10b? Ich finde das so toll, den Moment, wenn sie wirklich dazu steht und sich zu ihr bekennt. Hallo, da staunt ihr was? Das ist meine neue Freundin, würdet ihr bitte Platz machen und jetzt entschuldigt uns, wir haben jetzt Wuck zu fügen. Und wenn wir spielen, das zum Beispiel für diese Schulen, ich glaube, es ist so super, so ein klare Message am Ende des Tages. Und ich glaube, es ist so eine wichtige Geschichte für uns. Es gibt nicht so viele LGBT Opern oder Opern für jungenliche Leute auf der Bühne. Es geht um Haltung und es geht um Haltung gegen andere, des Einzelnen gegen andere, aber auch das Finden von anderen gegen das andere. Es gibt einen Dialog zwischen den beiden, zwischen Agnes und Jelin, da wo die da oben auf diesem Dach da sitzen und dann sagt die eine, ich meine das nicht böse, aber du bist so anders. Und dann sagt die andere, du bist auch anders. Und das ist, finde ich, eigentlich eine Schlüsselstelle für die Bedeutung, wo das Stück heute andocken kann. Also beide sagen sich nicht nur wir sind anders als die anderen, sondern du bist auch anders als ich, obwohl wir beide anders als die anderen sind. Wobei die anderen auch nicht so anders sind und gleichzeitig ganz anders. Das heißt, diese Andersartigkeit als Lust, als Mut, als Zukunftsvision ist glaube ich etwas, was unsere Gesellschaft wahnsinnig braucht. Ich war sehr angehauen von dem Konzept, den Jugend in die Oper holen, zeitgenössische Themen dabei zu haben, an die Zukunft des Musiktheaterpublikums zu arbeiten, sie auch in dem Stück zu haben, Musiktheater für und mit Jugendlichen. Also mein Interesse war es immer, alles in einem Stück zu bringen, die in meiner Realität als Zuhörer vorkommt. Und wir leben in Zeiten von Spotify und YouTube, wo man hinklicken kann von Stockhausen auf Monteverdi, auf Musical, auf Miles Davis. Und es ist nicht unbedingt so ein Kochrezept, wo man alles aus dem Kühlschrank reintun muss. Aber wir haben eine unglaubliche Palette an musikalischen Wurzeln und Gewürzen heutzutage. Deswegen freut es mich, wenn diese Vielfalt in dem Stück etwas vorkommt. Ich finde das so cool, dass Sam das auf einem Musiktheaterstil geschrieben hat. Es ist so wichtig für einen ersten Blick zum Publikum, für die Leute, die nicht Oper davor gesehen haben. Etwas wie Musiktheater zu hören oder wie Jazz oder etwas zeitgenössisches, das die kennen jetzt. Diese Jugendlichen, die mitsingen und mitspielen, die haben so viel Passion ins Stück reingebracht. Und ich hoffe, dass alle Jugendlichen Generationen solche Projekte in einem so einem Haus machen dürften. IngepiKA Und jetzt das eine weitere Zeit. IngepiKA Und wir haben die Kinder noch eine Aufmerksamkeit. Vielen Dank.